. . . . . . . . Ein schöner Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim Kölner Treffen am Freitagabend. Wir hatten eine Woche Pause. Umso schöner, dass wir wieder da sind. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, meine Damen und Herren. Zu meinen Gästen heute Abend. Ich fange mit ihm an. Er ist vor allen Dingen bekannt für seine Umtriebigkeit und seine unerschöpfliche Energie. Und jetzt war er auch noch da, wo der Pfeffer wächst. Der bekannte Koch Alfons Schubeck. Herzlich willkommen. Ich bringe es auf einen musikalischen Nenner. Ein Leben ohne Jodeln ist möglich, wäre für Sie aber vollkommen sinnlos. Volksmusikstar Angela Wiedel, herzlich willkommen. Bei ihr kann man sagen, der Zopf ist ab. Und in der sogenannten Sachsen-Klinik gibt es eine Auszeit. Was da wird, will ich ganz genau wissen. Von Cheryl Shepard, schön, dass Sie heute Abend hier sind. Vielen Dank. Er möchte sich nicht auf seine Behinderung reduzieren lassen. Das sagt der Mann, der vor Ideen nur so sprüht und in seinem Rollstuhl richtig Speed drauf hat. Das habe ich eben gesehen. Herzlich willkommen, Raoul Krauthausen. Es gibt Raketenmänner, es gibt Manufakturmänner. Ein echtes Männergespräch erwarte ich heute mit dem Autor Frank Gosen. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Danke. Seit 30 Jahren ist sie an der Seite ihres Mannes Bill Mockridge. Und sie schwärmt immer noch von ihm. Das passt, finde ich, ziemlich gut zum Valentinstag. Und vielleicht kriegen wir alle Tipps, wie wir unsere Beziehung noch retten können. Marge Kinski, herzlich willkommen. Das erste eigene Programm hieß ja Kinski legt los. Jawohl. Das ist ja gelogen. Das war ja 2010. Kinski legt los ist die Losung seit ungefähr 30 Jahren im Springmaustheater. Ja, das stimmt. Ich frage mich, wenn ich einen Mann wie Bill Mockridge habe, bekannt durch Funk und Fernsehen in der Lindenstraße, als Erich Schiller und Regisseur. Wenn ich sechs Söhne habe, wenn ich ständig auf der Bühne des Springmaustheaters rumspringe und so temperamentvoll bin und mein eigenes Leben. Wie haben Sie den Überblick behalten? Ich habe den. Den Überblick hat man. Ich glaube, man kommt auf die Welt und hat den Überblick. Also gerade, wenn du in Rom geboren bist. Und ja, das ist so. Die Römer haben den Überblick. Aber halt. Sind Sie da schon mal mit dem Auto gefahren? Ja, eben. Also ich sage ja, wer in Rom den Führerschein macht, der kann überall fahren. Nein, aber ich glaube, das ist eine Sache der Organisation und eine Sache der pfiffigen Oma. Ohne Oma wären wir alle verloren, glaube ich. Und das geht. Das Stichwort Oma muss sich sofort aufnehmen, weil meine letzte Frage an Frank Gosen, wenn immer er hier ist, ist, was macht die Oma? Was macht die Oma? Oma ist Ende Oktober 90 geworden. Wow. Ja, der geht super. Der hat sich wieder richtig bekrabbelt. Vor ein, anderthalb Jahren gab es noch ein paar Probleme. Und jetzt ist sie wieder auf dem Level von vorher. Heißt, säuft uns alle noch unter den Tisch. Ja, das ist ja klasse. Das ist ja so. Schlepp dir mal bei. Also mir hat vorhin eine Kollegin gesagt, als ich noch mal sagte, Mensch, sechs Söhne. Ja. Mit einem Mann. Das ist ja, da muss man ja immer dazu sagen. Ja, das hoffe ich doch. Das ist ja witzig. Also das ist ganz wichtig. Ja, aber die sagte, mit zwei hat man wirklich für ein Leben genug zu tun. Das ist ja mal drei wären sechs. Das ist toll. Also ich lebe mit sieben Männern. Davon habe ich sechs selber gemacht. Das finde ich schön. Ja, aber, aber davon, die sechs sind ja jetzt die selber gemachten. Die selbsten Menschen aus dem Haus. Ja, das ist super. Ja, was denn jetzt? Also die sind alle weg. Zwei sind in Köln und das sind, die kommen dann immer wieder, wenn sie pleite sind und Hunger haben. Und dann ist es. Aber wir haben jetzt die zwei Möpse zu Hause und wir verlieben uns gerade noch mal. Wir kennen uns wieder neu und haben für uns wieder Zeit. Und das ist toll. Kann ich nur empfehlen. Schweiß sie raus. Ja, aber das ist ja. Aus dem Bau, aus dem Bau. Genau. Aber das ist ja was, was viele Leute ganz schwierig finden und damit auch hadern oder unmöglich werden. Da sind die Kinder die große Aufgabe auch einer Ehe, die sind aus dem Haus. Ja. Und dann stehen die da. Und dann ist man endlich selber dran. Dann kann man endlich was für sich tun. Du bist ja jahrelang bist du immer am Fahren, am Abholen, am Bringen, am Geschenke einpacken, auspacken, Kindergeburtstag, was weiß ich, Lehrerzimmer, Lehrerkonferenzen, Elternabende. Und jetzt sind wir alleine. Und das ist toll. Und das ist wunderschön. Und wenn wir von der Vorstellung nach Hause kommen, er von irgendwo und ich von irgendwo, dann treffen wir uns halb zwölf und dann ist es gefährlich. Dann wird noch gekocht ganz schnell. Das sind die Italiener. Ja. Und das ist so schön. Ab welchem Alter darf man die denn draufschmeißen? Also du schmeißt sie raus, wenn sie eigentlich selber können. Und also sobald sie ihre Schule fertig haben. Also zwölf und zehn ist zu früh. Das darfst du nicht, das wird dann verdächtig. Aber die italienischen Mamas, die behalten die ja bis die 40 sind. Das finde ich ja absolut krank. Nein, kaum haben sie ihr Abitur und irgendwie können sie selber machen, dann raus damit. Aber Margie, erschwerend kommt ja dazu, dass alle sechs künstlerisch hochbegabt sind. Das ist schwer. Ja? Das ist ganz schlecht. Ich sage ja, kann da mal einer Elektriker werden, Bestatter oder irgendwie sowas. Das hat Sinn. Das hat Sinn. Aber dieser Kunstberuf ist schwierig. Plus die beiden Eltern? Alle in dem gleichen Gebiet. Aber die Möpse sind wenigstens normal. Doch, mein Mops kann Alaaf. Also ich habe einen Mops, wenn du sagst, wie macht man Alaaf, dann macht der Sohn. Dann bin ich ganz stolz. Und der andere macht Aloha. Ja, genau. Ja, richtig. Sehr gut. Sehr gut. Ja, nochmal eine Frage dazu. Wenn ich acht künstlerisch begabte Menschen habe, die ja, naja, kann man die alle ein bisschen, hm? Ja, alle ein bisschen Schuss. Oh ja. Ja. Arbeiten die irgendwie auch noch zusammen? Gibt es da nicht eine Konkurrenz? Nein. Eigentlich ist das ganz toll, weil wir helfen uns alle gegenseitig. Wir haben ja die Nummer eins. Der Nick, der ist ja Regisseur, gerade fertig bei Ernst Busch. Und der sagt dann, geh doch mal von rechts nach links und guck mal so. Und dann haben wir den Theo, der hat Business studiert. Das ist der einzige Normale bei uns. Ach dann doch. Und der macht aber Events mittlerweile. Also auch sowas. Der hat dieses große Neon Splash, wo man sich mit Farbe dann beschmeißt. Sehr witzig. Große Sauerei, aber macht viel Spaß. Und dann haben wir den Luke, der Comedian. Ja, Nachwuchstar. Der uns hilft, jawohl. Großer Nachwuchstar. Genau, der immer sagt, Mama, das hast du so schlecht gesessen. Die Pointe, die musst du anders sagen. Und er schreibt mit an meinem Programm. Und ja, wir helfen uns alle gegenseitig. Dann haben wir einen kleinen Schauspieler, der auf der Ernst Busch Schauspiel studiert. Und ja, der Jüngste, der ist nun noch 17 und orientiert sich noch. Aber das wird auch so ein Künstler. Frau, sind Sie Einzelkind? Ja, verwöhnt. Sind Sie jetzt gerade neidisch geworden bei dem Gebuse? So bin ich, ja. Es ist schön, es ist toll. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist wirklich immer was los, immer was neu. Geht eine Baustelle zu, geht die andere wieder auf. Es wird nie langweilig. Ehrlich. Ja, aber Sie haben ja Jahrzehnte gebraucht, um mal ein eigenes Programm zu machen. Ja. Und denken Sie manchmal, eigentlich ist es ein bisschen zu spät gewesen? Ja, da gebe ich, wie immer, also ich will ja nicht sagen, dass die Männer immer recht haben, aber da hatte der Holzfäller recht. Er hat immer gesagt, komm, jetzt mach's, jetzt mach's. Welcher Holzfäller? Mein Mann, der Bill. Ist ja ein Kanadischer. Entschuldigung. Und er hat immer gesagt, Martin, mach das doch, mach das doch. Ich habe immer gesagt, ach, das ist so angenehm im Ensemble, wir sind zusammen in einem Auto und so. Und dann habe ich es immer so ein bisschen probiert und dann wurde es so toll. Und jetzt danke ich ihm jedes Mal, wenn ich von der Vorstellung komme und ich habe eine Gruppe gerockt. Also wenn du so 300 Leute rockst und alle Frauen sagen, wie toll, wie toll. Dann sage ich, Bill, hast recht gehabt. Aber der erfolgt ja dann auch gut, wenn man alleine auf der Bühne steht. Das ist so geil. Das ist so schön. Ich komme nicht mehr dazwischen. Entschuldigung. Wie war das Lampenfieber, als Sie 2010 die Premiere mit dem ersten Programm? Da habe ich gedacht, it better be good. Also mach das jetzt. Jetzt bist du, jetzt hast du angegeben. Jetzt wird es bitte, bitte toll. Und es wurde toll. Und ich kann allen Mädels da draußen sagen, was Walt Disney gesagt hat, finde ich so toll. If you can dream it, you can do it. Und das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das finde ich ganz wichtig. Man ist immer so bequem und ich bin so gemütlich. Ich bin so eine Gemütliche. Ich sitze so gerne am Sofa, gucke Fernsehen mit dem Möpse. Ist klar. Mit Bill Mockert, sechs Söhnen. Und vier Möpse. Und vier Möpse. Und das ist so schön. Und dann immer raus zu gehen, das ist oft so ein Aufwand bei dem scheiß Wetter. Und dann musst du fahren. Aber dann die Leute jubeln und sagen, Mensch Frau Kinski, Sie haben mir so gut getan. Und Sie sind so bekloppt. Das ist so schön. Und das tut gut. Ja, das höre ich auch manchmal. Ist schön, ne? Ist auch bekloppt. Aber ist egal. Aber Sie haben eben gesagt, die italienische Mutter, die manchmal ihre Söhne oder ihre Kinder hält, bis sie 40 sind. Aber fragen Sie natürlich auch die Söhne. Ja. Wie sind Sie denn als, wie soll ich sagen, als mögliche Schwiegermutter? Wenn jetzt mal so eine... Da muss ich mal ganz tief Luft holen. Ähm, das ist schwer. Die werden es alle schwer haben. Und die, die da waren, haben es natürlich auch schwer. Weil die musste dir backen. Ich habe dann immer so ein paar Tricks. Wenn die dann kommen, dann stelle ich mal so was Dreckiges in die Küche und mal gucken, ob die das von selber wegräumt. Das glaube ich jetzt nicht. Glaub ich jetzt nicht. Das finde ich toll. Doch. Weil dann siehst du, hör mal, die hat das. Oder die hat das nicht. Oder wenn die dann, wenn die dann da liegen so ein paar... Du kommst ja bei uns zu Hause rein, so ein Berg von Schuhen im Eingang. Und wenn die dann ihre dahin pfeffert, dann ist die bei mir schon durch. Dann denke ich, nee. Und wenn die sagt, oh, ich räume das mal schnell weg, dann denke ich, toll. Ich räume mal eben 40 Paar Schuhe zusammen. Bleib mal ein bisschen. Es ist schwer. Und als Mutter bist du die Queen. Ich bin es. Wo ich bin, ist oben. Ich bin die Mama. Und die haben es schwer. Ja, kommen die denn sprachlich dazwischen? Die Jungs? Ja, nee, die Mädchen. Die Mädels? Nee, die hören mir zu. Das ist schön so. Das ist schön. Nein, doch, ich lasse die kommen. Du musst ja als Mama, denkst du so, erzähl mal, wie ist es denn? Wie ist es bei euch zu Hause? Und erzähl mal und so. Und dann merke ich, ja, die kommt. Oder wenn die so zu sind, dann versuchst du natürlich nett zu sein. Ich finde das interessant mit den Tricks. Ihre beiden Töchter sind ja auch schon erwachsen. Kennen Sie sowas auch, dass Sie genau gucken, wenn da Männer mitkommen, mal sehen? Wie sind die? Wie die sich so benehmen? Räumen die ihre Kaffeetasse in die Küche? Die trauen sich lustigerweise gar nicht zu uns. Also, nee. Das finde ich ja toll. Nee. Lass uns mal tauschen. Hör mal. Ich frage ja immer schon. Und meine Tochter, wenn die jetzt das hört, dann wird sie sich schämen. Nein, ich weiß, dass es junge Männer gibt, aber die sind irgendwie unsichtbar. Nee, die sind unsichtbar. Irgendwann kommen sie schon. Ich habe überhaupt behauptet, meine mittlere Tochter, die wird eines Tages kommen und mir drei kleine Kinder vorstellen und sagen, du, das sind, das ist Tim und das ist Betsy und so und das ist mein Mann. Die macht das alles irgendwo und hat gesagt, Mama, das ist mein Leben. Ja. Halt dich da raus. Schwer. Ich glaube, das passiert im Hause Kinski, Mockridge passiert das nicht. Das kann nicht. Ich werde nie vergessen, als der Erste seine erste Freundin hatte und dann war das bei uns. Oh, oh. Dann kam der und sagte, kann die bei uns übernachten? Und jetzt römisch-katholisch-neurotisch aus Italien. Wie gehst du damit um? Und dann, und Bill natürlich, alter 68er, ja, lass den Jungen, ist natürlich doch klar. Und Bill immer, super, super, wie sieht die aus? Erzähl. Und ich hatte schon so eine Pocke, ja. Und dann hat sich die Oma noch dazu eingemischt. Unsere Oma übrigens auch, 88, oben licht, unten dicht, super. Und dann haben wir hin und her überlegt, wie machen wir das? Das erste Mal. Und natürlich war dann die Lösung, das neue Mädel schläft im Gästezimmer. Ist klar. Ist klar. Dann, Mama, weißt du? Und ich hab, nee, nee, die schläft im Gästezimmer. Jetzt am nächsten Tag stehe ich an der Kaffeemaschine. Wer kommt vom Gästezimmer hoch? Er. Ja. Ja. Total glücklich, knallrote Ohren, super gut drauf. Ich sag mal, die sollte im Gästezimmer schlafen. Ja, aber von mir hast du nicht gesprochen. Da hab ich gedacht, boah, klasse, klasse. Echt gut. Okay, 1 zu 0, 1 zu 0 für ihn. Was ich nur überhaupt nicht verstehe, ja? Sechs Söhne, ein Mann und die beiden Möpse sind auch noch männlich, ne? Nein, einer ist männlich, einer ist Josephine Baker. Ach ja, stimmt, da muss ja. Aber Sie haben sich immer gewünscht, dass wenn ein Sohn schwul ist, da hätten Sie ja noch einen Kerl in der Bude. Ja, aber so einen anderen und das fände ich toll. Die sind so nett mit den Mamas. Ich kenne so viele. Unsere besten Freunde sind schwul und das sind so tolle. Und die Patentante von Luke ist ja Dirk Bach gewesen. Der sagt immer, meine Patentante, Tante Dicki. Also die sind schon damit aufgewachsen. Also ein volles Haus. Wobei, ich hab mir sagen lassen, das neue Programm kommt ja erst. Ja. Viele, viele Auftritte stehen an. Ja. Auch in den nächsten Tagen. Unter anderem übrigens auch in Berlin. Berlin, genau. Da bin ich aber gespannt. Wie die sich von dem römisch-rheinischen Temperament geschwingen lassen. Das wird schwer. Ja, ich tu dem mal ein bisschen Kölsch mitbringen, dann geht das schon. Nein, aber das neue Programm hat einen lustigen, bekloppten Titel. Es ist nicht alles fett, was glänzt. Da komm ich vorbei. Da kommst du mit. Da ist schon einer. Ja, schön. Aber da geht es unter anderem um die Kommunikationsstrukturen unter Frauen. Ja. Ja. Es gibt ja immer das Vorurteil, Frauen untereinander, hm, gar nicht so einfach. Nein. Und ich sage, wir Frauen machen das. Wir müssen raus, wir müssen mutig sein, wir müssen neue Ideen haben. Und wenn wir eine Idee haben, dann probier es. Ich sage immer, wegschieben kannst du es immer. Und mich hat eine Freundin mal geknallt, als ich das nicht machen wollte. Sie hat gesagt, Margie, wenn du es nicht machst, dann wirst du nicht wissen, ob du es kannst. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb sage ich immer, raus und mal gucken, wie es wird. Und es kann nur gut sein. Es wird alles gut. Aber das Kräfteverhältnis, ich meine, früher waren sieben Männer an ihrer Seite. Ja, sind immer noch da. Jetzt haben sie ständig nur einen im Haus zu Hause. Ja. Das heißt, dass das gesamte Kräfteverhältnis völlig verschoben ist. Sie müssen noch Oberwasser haben hier oben. Ich habe Oberwasser hier oben. Ich finde das toll. Und Bill ist ja so ein netter, so ein toller. Das ist ja so. Nächste Woche 30 Jahre zusammen. Das ist doch toll. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist doch schön. Aber 30 Jahre. Wahnsinn. Ich weiß, Ihr Temperament war immer schon ausgeregt, aber als Sie Bill kennenlernten, waren Sie gerade mal 20? 25. 25 schon. 25 schon. Ja, und er 36. Bill, da hatte der aber schon eine zweite Ehe. Ja. Deshalb hat meine Familie ja nicht mit uns geredet, weil die gesagt haben, wie kann das sein, so eine kleine, möchtige Schauspielerin mit so einem Regisseur. Und warum? Und meine Mutter sagte immer, der gottlose Gaukler. Meine Mutter war ganz altmodisch. Aber jetzt liebt sie ihn und das ist toll. Alle haben gesagt, wie kannst du nur? Und ich wusste... Und dreimal geheiratet. Das erste Mal, da war der erste Sohn schon da. Wir haben, wir haben dreimal geheiratet. Ja, das erste Mal vom Standesamt, das zweite Mal mit dem Segen der Kirche für die Oma. Ja, und das dritte Mal in Vegas. In Las Vegas. Ganz bekloppt. Das war wirklich schön in Vegas. Wann war das? Das war bei unserer Silberhochzeit. Und da habe ich ihn eingeladen. Ich habe gesagt, komm Bill, wir sind 25 Jahre zusammen, ich lade dich ein. Und dann sagte der immer, nimm doch was Nettes mit zum Anziehen. Und ich habe immer gesagt, das ist doch Quatsch. Also wir haben Urlaub, keiner kennt uns. Wir machen San Francisco, New York. Und er sagte, ja, aber wir haben doch Vegas und nimm doch was Nettes mit für die Slot-Machines. Und ich, ja, ja, lass mal. Das glaube ich nicht. Und dann kommen wir da an und er hatte aus Bonn mitgebracht seinen Anzug, so Rosenblätter und auf meiner Seite waren meine Shorts, meine Flip-Flops. Und dann sagte er, sagst du heute nochmal Ja zu mir? Und ich habe das nicht gerafft. Ich habe gesagt, bist du bescheuert? Was ist das? Ich bin so müde und wir sind gerade jetlag. Und dann stand eine Stretchlimousine da und dann sind wir zu so einem Wedding Chapel gefahren und dann hatten wir Hochzeit Nummer drei mit Elvis, mit allem Gedöns. Und Moment, und Sie in Flip-Flops? Ich im Flip-Flops und in einer kurzen Boots, völlig verpennt. Und dann das Schärfste war, dass er gesagt hat, wir machen das morgen früh um neun. Und ich habe gesagt, hör mal, das ist doch Quatsch. Und er sagte, nein, um zehn macht die Shopping-Mall auf, dann weiß ich, dann kriege ich dich nicht. Das war toll. Das war so schön. Mabel Kiewski. Vielen Dank. Und liebe Grüße an die sieben Männer. Sieben Männer, genau. Wenn ich sterbe, habe ich sechs Träger. Das ist toll. Ja. Wieso sechs? Ja. Von jeder Seite drei. Ah ja, vielleicht. Aber das war das Kompliment. Da wollen wir sowieso nicht drüber reden. Nein. Ich habe ja eben schon Raul Krauthausen gefragt, ob er da ein bisschen neig ist als Einzelkind. Jetzt frage ich mal unseren lieben Alfons Schubeck. Wenn Sie das hören, Sie arbeiten ja nur. Sie sind ja gar kein Familienmensch, ne? Naja, also, jetzt wenn du sagst, du bist fleißig, das ist nichts. Wenn du sagst, du bist faul, ist es auch nichts. Und ich habe einmal gesagt, ich arbeite am Tag 18 Stunden. Und dann eine Woche später sehe ich Titelseite, Schubeck Herzinfarkt, Fragezeichen. So ein Schmarrn erzähle jetzt nicht, das mag ich nicht mehr. Ach, die wollen heute gar nicht sprechen. Ja, das kommt jetzt drauf an. Das ist ja schlimm. Aber das ist doch in der Gastronomie ganz normal. Jeder, der in der Gastronomie arbeitet, weiß, dass du nicht mit acht Stunden zurechtkommst. Und wenn du heute einen Beruf hast, den du mit Leidenschaft magst, kannst du nicht sagen, jetzt geh ins Bett. Also, wenn jetzt du zum Essen kommst und dann ... Oder gar ich. Na, du zum Beispiel, ja. Von der Zeit, dass du einmal nach München kommst. Ich komm mit. Und dann sag ich selbst, ich muss jetzt gehen, ich muss ins Bett gehen. Dann wird sie sagen, du hast eigentlich einen Vogel. Jetzt sind wir extra gekommen und du gehst jetzt ins Bett. Aber das erfolgreiche Leben beruflich gesehen hat trotzdem einige Kinder hervorgebracht. Ja, klar. Das kann man ja auch noch nebenbei machen. So ist es. Und genau. Aber Sie sind so ... Man sagt ja heutzutage busy. Sie sind tatsächlich immer, auch eben noch kurz vor der Sendung, Handy hier. Ich glaube, wie viele Handys haben Sie eigentlich? Ja, eins. Ich hatte das Gefühl, Sie haben drei permanent irgendwie und so. Und nach der Sendung sofort Verabschiedung und zwar in den Jet. Ist der vom ADAC? Nein. Bei mir nicht. Heute ist Valentinstag. Ich habe im Restaurant 180 Leute. Im Orlando habe ich 240 Leute. Im Theater habe ich 400 Leute. Und jetzt könnte ich sagen, ja, jetzt bleibe ich da. Jeder normale, der einen Funkenhirn hat, sagt, das bleibe ich da. Aber das interessiert doch die Gäste nicht, dass ich heute in Köln bin. Also muss ich im Restaurant sein. Ich muss da abends durchgehen, muss die Leute begrüßen und kann nicht morgen da schon langsam da nach hinten tuckern. Das geht doch nicht. Heiß geht. Das ist der Anfang vom Ende. Dann darf ich das hier nicht machen. Oder ich darf das andere nicht machen. Und da gibt es oft so Sachen, da musst du halt schauen, wenn du das gut organisieren kannst, dann funktioniert es auch. Mir macht das überhaupt keinen Stress. Mir langweilt das. Ich sitze mir ins Auto und lass mich da hinfahren. Genau. Ich habe da ein Zitat von Ihnen rausgeschrieben aus dem neuen Buch, was ich natürlich jetzt nicht finde, ist klar. Jedenfalls steht da über die Köche in Asien. Diese Köche haben Ruhe, Geduld und Würde. Was fehlt Ihnen manchmal? Die Würde bestimmt nicht, aber Ruhe und Geduld? Nein, das ist anders. Wenn man, sagen wir mal, kochen ist ja etwas, was ja nicht nur ist, dass man Nahrungsaufnahme macht, sondern das ist auch etwas, was man wirklich, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, was die Gesundheit für seinen Körper bedeutet. Es gibt ja Leute, die kochen sich krank. Es gibt Leute, die sagen, über 30 Minuten koche ich nicht, das langweilt mich. Man kann auch unter 30 Minuten sehr gut kochen. Aber diese Festtagsküchen, die wir in Deutschland haben, Schweinebraten, Gänse, Enten, Kolbshaxen, was auch immer das dauert. Und wenn ich so einem Gericht nicht die Zeit gebe, dann schmeckt es auch nicht. Und früher haben die Mütter ja zu Hause gekocht. Das war ja fast ein Beruf. Das ist auch heute nicht mehr möglich, weil meistens beide in die Arbeit gehen. Und dann kommt es darauf an, ernähre ich mich dann noch gesund. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Beim letzten Mal saßen Sie auf dem Platz, das weiß ich noch genau, weil ich kam nicht mehr dazwischen. Nein, ich glaube, da war ich. Ja, da? Da drüben. Ich kam nicht mehr dazwischen. Schubeck und sein Ingwer. Auf und davon. In die Theorien dieser Erde. Dann, liebe Leute, halbes Jahr später übernachte ich in einem Hotel in Hamburg. In einem guten Hotel. Ich treffe Schubeck morgen beim Frühstück und denke, was ist der denn da? So ein Berg, drei Eier, Speck, Würstkes? No. Ja. Am falschen Tisch hingeschaut. Das Einzige, was ich esse in der Früh, das sind, wenn man sagt, ich mag gern Eier. Oder machen wir so ein Müsli, das ich aus Magerquark mache. Da habe ich mir selber so ein spezielles Öl machen, aus Omega-3. Das einzige Öl, das wirklich noch die Omega-3-Fettsäure hat, ist das Leinöl. Und habe da reingeben Arganöl, weil das Arganöl nehmen die marokkanischen Ärzte bei Neurodermitis und bei Schuppenflechte her. Und zusätzlich habe ich noch Granatapfelöl reingeben, das hat ein hohes Antioxidant, die Elaxäure. Und damit das Ganze stimmt, habe ich noch etwas, das ist super. Aber der hatte an dem Morgen Entzug, da brauchte der unbedingt Eier, Speck und Würstkes. Jeden Tag haben in Deutschland 2500 Leute einen Herzinfarkt und einen Gehirnschlag. 700 sterben, 1200 werden nie mehr so wie es gewesen sind. Und der Rest ist nochmal davon gekommen. Und alle hatten ein zu dickes Blut. Und die Omega-3-Fettsäure ist für die Fließfähigkeit des Blutes. Die Omega-6-Fettsäure ist, damit das Blut nicht davon spritzt. Und die Omega-9-Fettsäure ist für viele Funktionen im Körper. Und der Mensch hat 60 Billionen Zellen und 200 Milliarden Nervenzellen. Und die alle haben eine Membrane und bräuchten ganz dringend einfach mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Nur was die Leute nicht wissen, ein Öl bis 90 Grad sage ich ist Medizin. Und was drüber ist, ist Gift. Da binden sich Transfette und Transfette führen letztendlich zum Zellverschluss. Und deswegen musst du heute, wenn du anbrätst, ganz, ganz wenig Fett in die Pfanne geben. Also es würde ein Viertel der Millimeter genügen. Wenn du viel Öl reingibst, ziehst du das Produkt zusammen. Es frittiert. Gibst du wenig rein, dann bläst du das Produkt auf. Bei dem neuen Roman geht es ja auch mal um Kochen. Und da war das nicht alles so im grünen Bereich. Ja, vor allem ist mir das wirklich tatsächlich passiert. Also ich kann nicht kochen. Also wenn dann allenfalls mit dem Telefon. Also einmal die 32 und die 37 mit extra Käse. Aber mir ist eine Sache passiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen passiert sowas garantiert nicht. Aber ich habe für meine Kinder Nudeln gemacht, weil meine Frau über Mittag nicht da war. Ich war über Mittag alleinerziehend und habe die Spaghetti abgegossen und abtropfen lassen. In den Topf wieder rein, ein Stück Butter rein, Deckel drauf und das Ding so geschwankt, damit die Nudeln nicht aneinander packen. Und dann hatte sich da drin ein Vakuum oder Unterdruck gebildet. Und dann kriegte ich den Deckel nicht mehr da runter. Und wer das noch nicht erlebt hat, der weiß nicht, wie verdammt fest der Deckel auf so einem blöden Topf sitzen kann. Ich habe das Ding nicht mehr, ich bin mit dem Messer da dran. Ich habe dann auf die Arbeitsplatte gehauen, es ging gar nichts mehr. Die Kinder hatten Spaß. Die Kinder hatten Spaß, denen habe ich zwischendurch eine Tüte Chips gegeben. Da sagten die, lass dir Zeit. Aber warum hast du denn überhaupt einen Deckel drauf gemacht? Ja, weil ich dachte, dann fliegen die Nudeln sonst raus, wenn nicht nur, ich bin zu blöd. Nein, du bist nicht so blöd. Nein, du bist nicht so blöd. Aber ich habe etwas ganz Wichtiges gesagt. Also man gibt ja, gerade wenn man diese Alio-Oleum macht, da gibt es ja Leute, die jetzt den Knoblauch und den Chili in dem Öl erhitzen. Dieses Öl ist brandgefährlich für den Körper, weil es viel zu heiß ist. Anstatt, dass sie die Nudeln kochen, wie du das richtig gemacht hast, abgießen, dann ein bisschen Brühe in einen Topf reingeben, den Knoblauch rein, den Chili rein, die Nudeln rein. Die Nudeln, da sie nicht mit kaltem Wasser abgewaschen sind, saugen diese Flüssigkeit an. Du schwenkst es, ziehst den Topf weg, gibst frisches Olivenöl drauf, schwenkst nochmal und dann servierst das. Dann hat das Öl vielleicht 40, 50 Grad. Dann ist das genau richtig für den Körper. Der Alphonse Schubert weiß jede Menge, ich weiß von ihm auch was. Ich habe nämlich heute erfahren, dass die meisten Köche, was man im Fernsehen nicht sieht, Plattfüße haben, weil sie falschen Schuhe haben. Haben Sie eben gesagt, draußen vor der Tür. Ich habe gesagt, die meisten Köche haben, also ich koche jetzt 45 Jahre, die meisten Köche haben Probleme mit den Füßen, weil sie immer falsche Schuhe tragen. Und ich habe mir die Schuhe immer machen lassen. Ich habe eigentlich noch nie Rückenprobleme, ich habe Bandscheibe oder sonst was. Und es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Das sind die Schuhe für mich und das ist die Matratze. Denn die wenigen Stunden Schlaf, die du hast, das musst du dir wert sein. Wenn du dir heute einen Liter Öl kaufst fürs Auto, hat keiner ein Problem 35 Euro auszugeben. Ich möchte einmal wissen, wer 35 Euro für seinen Körper ausgibt. Kein Mensch. Aber wenn er dann krank ist, wenn er einen Schlager gehabt hat, dann muss die Kohle raus. Dann wird investiert. Das hätte er in der Prävention auch machen können. Jetzt habe ich aber eine Frage an Sie, beziehungsweise mehrere. Weil eigentlich ist Alfons Schuhe aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken. Naja. Ist präsent. Aber andererseits wissen wir eigentlich ganz wenig von ihm. Wer ist der Mensch eigentlich? Und ich habe ein paar kurze Fragen mit der Bitte. Antwort, ein Satz. Okay, einverstanden. Harmlose Fragen, harmlose Fragen. Erste Frage, wie wohnen Sie? Ganz normal eigentlich. Schöne Antwort, freue ich. War oder sind Sie ein guter Vater? Ich ja. Danke. Lieblingsfarbe? Ja, blau. Okay. Wann waren Sie zuletzt im Theater? Ja, schon ein paar Jahre her. Haben es Steuersünder in diesem Land zu leicht? Ich glaube, man müsste da ein bisschen weiter zurückgehen, um zu fragen, warum machen die das immer alle? Okay, Satz vorbei. Wofür geben Sie am liebsten Geld aus? Schuhe. Ja, Schuhe auch, aber ich gebe auch gerne für das gute Essen was aus. Ich finde, sich Zeit zu nehmen, sich dahin zu setzen, ein bisschen zu ratschen, etwas Gutes zu essen, löst viele Probleme. Und so manche Ehe würde ich heute noch halten, wenn die Leute miteinander reden würden und nicht die Probleme immer wegschieben. Den mutig zu sein, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, das ist für mich etwas Besonderes. Das ist meine nächste Frage, woran ist Ihre Ehe gescheitert? Ich bin ja nicht verheiratet. Nee, aber Sie waren. Noch nie. Nee? Und Sie haben vier Kinder? Du hast falsch recherchiert. Scheiße. Der hatte Zeit für Kinder machen, aber nicht vom Heiraten. Das ist ja vielleicht ein Ding. Glauben Sie an Gott? Ja. Glauben Sie an die große Liebe? Ich glaube, dass man erst am Ende des Lebens, wenn alles vorbei ist, von sagen kann, ich habe jemanden geliebt. Weil die Frage ist, wie definiert man Liebe? Wenn ich heutzutage sage, die 14, dann kenne ich Liebe dich, hat er gar keine Ahnung von dem, was das bedeutet. Aber wenn man mit einem tiefen Herzen jemanden mag, das hat nichts mit Erotik zu tun. Und das ein wirklicher Freund ist. Und wenn du es einmal genau nimmst, du hast ja nur wenig Freunde auf dieser Welt. Meistens fragst du nicht mehr, wie fünf die dir die geistige Hand reichen, wenn es einmal schlecht geht. Es kann nicht sein, dass du die Mut zusprechen, dass du im richtigen Augenblick das richtige Wort sagen und sagen, du packst das, mach das. Und auf jeden kannst du nicht hören. Sondern du musst auf den hören, wo du das Vertrauen hast, der ist nicht eifersüchtig, der meint es mir nicht schlecht, sondern der meint es mir wirklich gut. Und manchmal braucht man nur diesen kleinen Schubser noch, dass du wieder richtig angreifst. Jetzt wissen wir, was Alfred Schubert über die Liebe denkt. Das ist doch schon mal was. Danke. Sie waren gerade da, wo der Pfeffer wächst, beziehungsweise vor kurzem. In vier Ländern. Indien, Thailand, China und Vietnam. Ja. Und da kann man sehen, dass sie gut, erstmal ist ein gutes Kochbutter rausgekommen über die vier Länder und ein guter Film und sie haben sehr viel kommuniziert. Wir gucken mal ein bisschen hinterher. Ja. 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 Begeistert uns das Essen. Sie machen ja üblicherweise keinen Urlaub in dem Sinne, sondern wenn Sie auf Tour gehen, dann geht es natürlich um Essen, professionell, ein gutes Kochbuch dabei rumgekommen. Welches war die Person, die Sie am meisten beeindruckt hat auf der Reise? Also das war dieser indische Koch, der Gil, weil der, also da ging es ums Tandoori-Kochen. Also Tandoori ist ein Ofen, der ungefähr 480 Grad hat, und da haben wir Hähnchen gemacht. Dann hat er das Hähnchen genommen, als erstes haben sie sich eine Paste gemacht aus Ingwer und Knoblauch. Denn wenn man Ingwer und Knoblauch zusammengibt, dann riecht man nicht nach Knoblauch. Man hat zu 90 Prozent der Knoblauchverträglichkeit und die medizinische Wirkung von beiden Gewürzen geht um 50 Prozent nach oben. Das heißt, die haben das Hähnchen eingerieben und haben dann Joghurt rübergegeben und haben es dann für drei, vier Minuten in den Ofen reingehalten, haben den Spieß dann wieder rausgezogen und dann einen Haken gehängt, 15 Minuten gewartet, das gleiche wieder gemacht. Und dann war das Hähnchen außen total kross und innen wunderschön saftig. Ich sage, welche Begegnung, da sagt der nicht ein Mann, hat er sein Hähnchen. Hat sie am meisten beeindruckt. Ich bin ja noch nicht fertig. Ja, das fürchte ich auch. So, jetzt haben wir es gegessen. Dann hat er das Hähnchen da hingegeben, dann habe ich mir so geschaut und dachte, wann kommt das Besteck? Jetzt hat er angefangen mit der Hand zu essen. Und dann habe ich es auch probiert. Ich habe ausgeschaut, es ist halt anders, wenn du es nicht gewohnt bist. Seine Hände waren immer sauber. Dann habe ich ihn gefragt, warum isst du das mit der Hand? Dann hat er gesagt, wenn ich mit der Hand esse, esse ich erstens in der richtigen Temperatur und ich gebe nur so viel rein, wie ich auch wirklich mag. Und dann musst du mal selber schauen, wenn du mit der Gabel mit dem Löffel schoppst du rein und schluckst runter. Die essen viel mehr mit Anstand und Würde. Brechen das Brot an, nehmen wieder ein bisschen von dem Hähnchen. Das hat mir wahnsinnig gefällt, diese Ästhetik. Die Leute haben ja zum Teil gar nichts und essen sehr würdevoll. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass die aus dem Wenigen, was sie gehabt haben, Maximum rausgeholt haben. Und wir haben alles. Früher haben wir das Essen gejagt. Jetzt jagt uns das Essen. Und wir hauen uns da irgendeinen Scheiß rein, den brauchen wir gar nicht. Wir haben keine Disziplin, sondern die genießen das Wenige. Und das ist das, was mir so gefallen hat. Glück für die Frage. Albert Schubeck. Vielen Dank. Immerhin. 18-Stunden-Tag, aber viel Lust nicht nur am Essen, sondern am Erleben, auch in fremden Reisen. Danke, dass Sie dabei sind in fremden Ländern, wollte ich sagen. Vielen Dank. Haben Sie sich jetzt alles gemerkt, Cheryl Sheppard, was man über Essen unbedingt wissen muss, mit Öl und allem? Der Schubeck weiß alles. Ich weiß gar nichts. Aber ich habe seit 11 Jahren einen Mediziner bei mir in der Firma, der nichts anderes macht, als wissenschaftliche Arbeiten zu suchen. Warum waren Gewürze bis zum 18. Jahrhundert reine Medizin? Die Leute sind auch 60, 70, 80 Jahre alt geworden, konnten sich nur mit Gewürze heilen, mit Kräuter und Gewürze. Heute, wenn du was brauchst, wenn du Kopf hast, sagst du, kauf mal Aspirin oder irgendwas. Das kannst du mit Ingwer auch machen. Ingwer hat einen Stoff, der heißt Gingarola. Das war am letzten Mal das Thema. Das werde ich nicht vergessen. Das war 20 Minuten über Ingwer. Nein. Kaufen Sie bitte Ingwer. Kaufen Sie Ingwer. Ist auch lecker. Meine Mutter sagt, es schmeckt nach Seife. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nach Kernseife. Nein, man darf nicht drauf beißen. Nein, auf keinen Fall. Sheppard. Schönes Thema. Sehr, sehr, sehr schönes Thema. Ja, aber von Ihnen möchte ich wissen, wie oft es Ihnen in letzter Zeit passiert ist, dass die Leute auf der Straße gestutzt haben. Und sind Sie nicht, Frau Doktor? Uns ist ja noch alles ganz, ganz frisch. Ich habe diese Frisur jetzt gerade mal eine Woche. Und die meisten laufen an mir vorbei. Und das ist auch sehr, sehr angenehm. Meine Kinder laufen so ein paar Schritte hinter mir und gucken. Und dann sagen sie, hm, 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 doch, du bist erkannt worden. Und das ist so ein Spiel. Aber das ist ja wirklich eine Typveränderung. Es ist lustig. Wenn eine Frau irgendwann sagt so, meine langen Haare kommen jetzt runter und ich habe den Mut und ich will jetzt eine Kurzhaarfrisur. Der Blick in den Spiegel nach dem Schneidevorgang, wie war der? Ganz vertraut. Ich wusste genau, was es sein muss. Und ich wollte es so. Und das war auch ein, das war eine Entscheidung, die hatte ich schon letzten Sommer quasi für mich gefällt. Und es musste aber jetzt noch der Zeitpunkt kommen, wo das dann auch in der Geschichte überhaupt nicht macht war. Das hat aber lange gedauert. Und ich musste ja auch noch fragen, ich darf das ja nicht einfach so machen. Beim Fernsehen? Ja. Klar, weil dann kommt eine Irritation auf. Sie spielen seit Jahren in der, es ist glaube ich neben der Lindenstraße, müssen wir mal sagen, die erfolgreichste deutsche Serie. Und neben Weißensee, wie ich finde, mit sechs, sieben Millionen Zuschauern. Man sagt immer die Sachsenklinik, also in aller Freundschaft. Wir haben eine Szene rausgesucht, um jetzt nochmal die Typveränderung deutlich zu machen. Gut. Da war was so. Neben vielen Rollen, die Sie gespielt haben, ist das natürlich eine Erfolgsrolle, weil das so viele Menschen sehen. Da fehlt mir einfach mal ein, Herr Krauthausen, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben überhaupt keinen Fernseher. Das stimmt. Da gehören Sie aber zu einer Minderheit, warum nicht? Ich glaube einfach, dass ich einer anderen Generation angehöre. Also ich konsumiere, wenn dann Mediatheken oder so Video-on-Demand-Dienste. Aber ich habe auch einen DVBG-Empfänger, aber ich benutze ihn einfach nie. Wie ist das denn mit den Söhnen? Gucken die auch kein Fernsehen? Wenig. Die sind alle an ihren Laptops und ja, so ist das. Es ist wirklich auch diese Musik. Das ist ja alles in so kleinen Dingern und ja, fertig. Aber mein Sohn musste vor zwei Monaten erfahren, dass ich nicht weiß, wie unser Fernseher angeht. Sie wissen nicht, wie mein Fernseher angeht? Ich weiß es jetzt. Okay. Aber es war tatsächlich so, wir sind umgezogen und wir haben irgendwie einen neuen Receiver bekommen. Und nach zwei Jahren will ich den Fernseher einmal selbstständig betätigen. Es geht gar nichts. Es geht überhaupt nichts. Ich schimpfe und ich gucke so gut wie fast nie Fernsehen. Ich liebe es, es zu machen, aber ich sitze ganz, ganz selten vorm Fernseher. Ich lese sehr, sehr gerne. Gucken Sie denn Ihre eigenen Sendungen? Doch, aber da habe ich dann jemanden, der mir den Fernseher angeht. Aber ich habe eben gelacht bei mir im Büro. Es sind so viele Fernbedienungen, weil wenn wir irgendwas gucken wollen, dass ich dann immer, ich rufe dann nach den Jungs ehrlich gesagt, darf man jetzt auch nicht laut sagen. Aber ist egal, ist so. Aber ich finde das so schön, dass jetzt die grauen Haare kommen, weil ich finde das so toll. Die kommen schon lange. Ja, aber das ist so schön, wenn man sich endlich dazu bekennt. Siehst du, ich sag ja, das ist so schön. Ich liebe es, ich liebe es. Und ich sage das jetzt ganz, ganz laut. Ich hoffe, ich darf es behalten. Ja, dafür werden wir sorgen. Das ist so schön. Ist es gemein, wenn ich Sie, Frank Rosen, jetzt frage, ob Sie als relativ junger Mann getrauert haben, als die Haare grau und weniger wurden? Bei mir fing das an, als ich zwölf war. Okay. Doch, ich hatte mit zwölf Jahren das erste Mal den Ausguss voller Haare. Nö, das hat mich nie interessiert. Genauso wie runde Geburtstage, da haben wir mich auch nie nervös gemacht. Ich habe auch gesehen, die werden grau. Schlimm ist, wenn die Nasenhaare grau werden. Aber, ne, ist halt so. Und es gibt nichts Schlimmeres als Männer, die dann überkämmen. Ja. Und ich finde... Also manchmal, wenn ich, manchmal auf der Bühne sage ich, ich warte jetzt, dass die auf dem Rücken so lang werden, dass ich die... Aber, äh, und ich finde auch, kein Mann sieht mit Glatze so blöd aus wie mit Toupet, die meisten jedenfalls. Deshalb... Oh, manchmal weiß man es ja gar nicht. Manchmal weiß man es nicht. Also, man sieht ja, man sieht ja manchmal Toupets, da will man hingehen und die füttern. Also, das ist nicht schön. Aber ich finde das toll, wenn man dazu steht. Ja, es ist tatsächlich, was Sie sagen. Eine Typveränderung natürlich. Hoffentlich dürfen Sie es behalten. Wieso haben Sie eigentlich jetzt im Moment eine Pause in der sogenannten Sachsen-Klinik? Wer hat sich das überlegt? Sie? Wollten Sie Freiraum? Oder hat die Produktion gesagt, wir müssen ja auch ab und zu mal ein bisschen neue Handlungsstränge reinbringen? Da muss mal einer pausieren? Beides. Ich genieße die Zeit für mich. Und ich habe viele Gedanken jetzt gehabt, in welche Richtung ich, ähm, oder wie ich die Zeit nutzen will. Und da ist mir wirklich ganz viel in den Sinn gekommen. Und natürlich ist es auch so, dass wir eine Fernsehserie, in unserer Fernsehserie wollen wir Geschichten aus dem Leben erzählen. Und es ist so, dass man im Leben halt auch mal irgendwo hingeht und gerade nicht am selben Arbeitsplatz ist wie sonst. Und das wiederum hilft natürlich, einfach spannendere Geschichten zu erzählen. Und, ähm, ich glaube, das wird ganz gut glücken. Und, ähm, ich freue mich natürlich wieder zurückzukommen. Aber jetzt im Moment genieße ich die Zeit, um mich quasi selber, aber auch die Figur neu zu erfinden. Aber hängt ja dann irgendwie zusammen, diese Typänderung, die Frisur, das Grau zuzulassen? Ja, das passt. Also irgendwo auch eine neue Freiheit? Absolut. Absolut. Und eben, gerade wenn man jetzt zwölf Jahre lang, das zwölfte Jahr ist noch nicht ganz fertig, aber in einer Serie drin ist, ähm, hat man zum Teil selber auch nicht mehr so viel Abstand zur eigenen Rolle, die man da spielt. Und, und jetzt kann ich da so ein bisschen zurücktreten, mir das Ganze angucken. Und, ähm. Jetzt wissen Sie auch, wie der Fernseher angeht. Ja. Was hat denn Ihr Mann dazu gesagt? Zur, zur Typveränderung, zu den kurzen Haaren, ähm, er hat gesagt, Cheryl, ich weiß, es nützt eh nichts, wenn ich dagegen bin, also mach es. Und jetzt habe ich es gemacht und dann hat er, war er ja eben in Wien, dann hat er ein Foto von mir zugeschickt bekommen per WhatsApp und dann sagt er, jetzt liebe ich dich richtig. Oh. Wow. Ja. Sie haben ja ein tolles Familiengebilde, ich würde sagen, also wenn Sie mal ein bisschen frei haben, kann das ja nicht schaden, weil da so viel in dieser Patchwork-Familie zusammenhängt. Aber was ich irgendwie bemerkens- und bewundernswert fand, war, dass Sie ganz offen darüber gesprochen haben in München, dass Sie mit Ihrem Mann schon länger eine Paartherapie machen, weil Sie sagen, ja, aber man muss sich ja auch kümmern und professionell drauf gucken, kann nicht schaden. Vor kurzem war Uwe Ochsenknechter, der hat das auch mal kurz, nur kurz versucht, die ist ja jetzt auch geschieden. Ja. Hat nicht geklappt. Nee, war nicht so erfolgreich. Schlecht rausgegebenes Geld. Ähm, das finde ich, was, was bringt das? Kann man das nicht irgendwann alleine? Sich selbst therapieren? Nee, nicht therapieren, also für eine Ehe zu helfen. Eine Ehe ohne Partner. Es ist schon einfacher, wenn man selber eine Ehe führt und nicht noch jemand da irgendwie dazwischen funkt. Aber was, was für uns wichtig war oder worauf wir Lust hatten, war Lebensqualität. Und, und das ist schon, ich meine, dieser Mensch, der uns da jetzt zur Seite steht, hin und wieder auch in Abständen von einem Jahr oder mal anderthalb Jahre Pause, weil er absolut darauf drängt, dass wir selbstständig erwachsene Menschen sind, dass wir selber denken können. Und, und er uns eigentlich nur Werkzeug gibt. Und dieses Werkzeug sollen wir nachher selber damit hantieren und ausprobieren. Das ist sehr, sehr spannend. Und, und, und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir sehen, oh, hat gut funktioniert. Das ist auch wie ein neues Gericht ausprobieren. Und, 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 wo man halt am Anfang mal gucken muss, wie viele Zutaten hat man da und wie schmeckt es, wenn man das jetzt auch mal ein bisschen abändert. Und, ähm, das macht uns Spaß. Und es, es hat einfach unser Leben aufregender gestaltet. Oder wir, ähm, ähm, gestalten unser Leben aufregender. Wir leben eher so, wie wir leben wollen. Jeder hat sich selber anders und besser kennengelernt. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Ist es, hängt es vielleicht damit zusammen, man muss sich bestimmte Dinge ja trauen. Man muss sich trauen zu fragen, man muss sich trauen, über Dinge zu reden. Ja. Ja. Oh, es ist eine Gesprächskultur, die wir auch neu quasi entwickelt haben. Und wir haben gelernt, besser zuzuhören einander. Und auch mal den Mund zu halten und den Partner ausreden zu lassen, funktioniert nicht immer. Aber manchmal funktioniert es gut. Und es ist erstaunlich, was man von seinem Partner erfahren kann, wenn man ihn ausreden lässt. Das funktioniert in Italien bestimmt nicht. Das geht gar nicht. Das kann ich mir auch relativ schwer vorstellen. Hier, man ist ja auch Schauspieler. Ja. Glauben Sie, dass Schauspieler Ihnen so irgendetwas Besonderes brauchen? Schauspieler sind ja Darsteller. Ja. Und sind es oft auch im Privatleben. Braucht man da vielleicht mehr Korrektiv, als wenn man Nichtschauspieler wäre? Kann ich jetzt vielleicht, ich kann ja schlecht jetzt aus meinem Leben raushüpfen in ein anderes und das jetzt mal ausprobieren. Ich kann nur sagen, für uns funktioniert es einfach so. Und ich finde es spannend, auch von anderen Leuten zu erfahren, wie Sie das gemacht haben. Haben Sie schon mal den Spruch gesagt in einem Streit, das erzähle ich dem Therapeuten? Ich habe es dann auch gemacht. Klasse. Ja, ja. Aber das ist nicht, das ist nicht gegen die Regel. Also alles, was mich interessiert und was mich weiterbringt, darf ich kommunizieren. Und das ist auch richtig. Also das hat meinen Mann jetzt auch gar nicht unbedingt zu erschreckt. Er hat auch schon Geschichten erzählt, die ich quasi ja gemacht habe. Und ja, habe ich auch vom Therapeuten dann quasi eine Antwort geschickt. Waren Sie schon mal kurz davor, dass man sagt, ach Mensch, lass uns mal ein Deutsch rausnehmen? Nein, eigentlich nicht. Wir haben was viel praktischeres. Also für uns ist das praktisch. Wir machen immer, wir schaffen uns Inseln. Wenn wir merken, oh, das ist jetzt so durchorganisiert alles und du musst nur funktionieren, dann gucken wir im Kalender, wo was frei ist. Und dann wird eine Insel geschaffen. Und das kann um die Ecke sein. Also ich habe eine Freundin, die aus Bonn in Köln ins Hotel gegangen ist und gesagt hat, die sind weit weg, nur damit die alleine sind. Und das ist ganz wichtig. Und Mahlzeiten sind auch ganz, ganz wichtig. Ja, weil man auch mit den Kindern, wenn man zusammen ist, dann kommt einfach viel raus. Und wir versuchen, wenn wir Stress haben, zu sagen, okay, wann ist the next possibility, dass wir weggehen? Und dann ist es Brüssel oder irgendwas. Und das einfach, sitzen wir im Auto, schon die Fahrt dahin ist dann schon Therapie, weil man sagt, hör mal, was ich immer schon sagen wollte, jetzt pass auf. Und der sitzt da. Und das ist einfach wichtig. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt jedes Mal, also eben, wir haben uns Anstöße geholt. Und die funktionieren gut und die sind auch sehr vielfältig. Und Sie sind verheiratet seit 2000. Stimmt? Nein. Stand in meinem Dossier. Das bin ich. Ich muss jetzt gerade überlegen, aber nein, stimmt nicht ganz. Nein, wir sind seit 2006 verheiratet. Und seit wann machen Sie die Therapie? Das finde ich aber jetzt interessant. Gleichzeitig. Wir haben 2007 mit der Therapie angefangen. Nach dem Motto, sicher ist sicher. Also wir sind schon seit 15 Jahren zusammen und haben geheiratet und dann haben wir gemerkt, irgendwie geht es noch besser. Und wir haben noch Ideen und wie sich das anfühlen sollte. Und dann haben wir uns Hilfe geholt. Und da kann ich nur sagen, jetzt beginnt die, also die Pause hat schon begonnen, diese Drehpause. Sie werden viel machen und mal sehen, wie das der Ehe bekommt. Wahrscheinlich gut. Und wenn nicht, fragen Sie Ihren Therapeuten. Bestimmt. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen herzlichen Dank. Da wissen wir ja schon, Frank Gosen ist seit 2000 verheiratet. Genau, am 24. August. Das war auch der erste Spieltag der Bundesliga 1963. Und da hatten Sie Zeit zum Heiraten? Ja, das war damals ja kein Jubiläum, aber ich dachte, pack das auf den Tag, den du dir merken kannst. Das war auch unser Jahrestag. Alles gut. 63. Da war ich im ersten Schuljahr. Was sind Raketenmänner? Ja, normalerweise denkt man, Raketenmänner sind die, die alles wunderbar auf die Reihe kriegen und eben abgehen. Wie eine Rakete in meinem neuen Buch sind eben genau, dass die Männer, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, in diesen Geschichten, wo sie sich auch mal fragen, wo bin ich falsch abgebogen? Und da geht es gar nicht so raketenmäßig in die richtige Richtung. Das ist eine super Kernfrage in dem neuen Buch von Ihnen, dass eben Raketenmänner heißt. Und diese Kernfrage ist, bist du der geworden, der du sein wolltest? Die Frage nehme ich auf. Bei mir, ich, das kommt immer darauf an, welchen Teil meines Lebens ich betrachte. Beruflich gesehen kann ich sagen, ja, du bist schon nah dran. Es läuft. Es läuft. Gut. Sobald ich zum Beispiel beim Thema Fußball lande, sage ich, da ist noch sehr viel Luft nach oben als Anhänger und Funktionär des VfL Bochum und sofort wird gekichert. Ich höre das. Ja, und dann wird einem über den Kopf gestrichen, du armer Junge, ich weiß. Also das kommt dann darauf an. Aber beruflich kann ich sagen, ja. Ich wäre aber gerne geduldiger. Ich glaube, das wird auch meine Arbeit nochmal verbessern, aber ich bin so ungeduldig. Ja, gut, aber ich meine, auf eines haben Sie sicherlich lange warten müssen, aber es ist passiert und insofern sind Sie ein Raketenmann, ein richtiger. Es gibt jetzt Pandini-Bildchen von Ihnen. Eins jedenfalls, ja. Ich habe es, wie durch einen Zufall, habe ich es mitgenommen. Ich habe ausgerechnet. Sie wollen tauschen. Ausgerechnet diese Jackette, ich habe mich aber noch nicht doppelt. Deshalb kann ich es noch nicht tauschen. Und, Magi, zwei Abze Schröder gegen einen. Ja, gerne. Es gibt ein wunderbares Panini-Sammelalbum über das Ruhrgebiet, Revier sammelt Revier. Und da bin ich drin, einerseits mit dem Bild und andererseits mit meinem Spruch, woanders ist auch scheiße. Der inoffizielle Slogan der Kulturhauptstadt 2010, habe ich immer gesagt, das ist ein bisschen anmaßend. Aber nee, das finde ich super. Klebt das schon am Kühlschrank bei euch zu Hause? Nein, 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 so weit, da klebt ein anderes, da hängt ein anderes Bild, was meine Frau dahin gehängt hat, um mich daran zu erinnern, dass ich wieder abnehmen muss. Aber ich nehme die Frage nochmal auf. In der Sie-Form, sind Sie der oder die geworden, die Sie sein wollten? Das kann man sich ja immer mal wieder fragen. Jetzt frage ich Sie mal, Frau Wiedl, wenn Sie diese Frage hören, sind Sie die geworden, die Sie sein wollten? Hatten Sie früher eine Vorstellung davon, dass Sie sein wollten? Ich wollte immer auf die Bühne und Sängerin werden. Das war schon als kleines Kind, war das mein größter Wunsch. Okay. Und der ist in Erfüllung gegangen. Der ist in Erfüllung gegangen? Raoul Krauthausen. Ich habe mir die Frage so nie gestellt. Ich betrachte das Leben eher so als Fluss. Und was ich im Laufe meines Studiums gelernt habe, ist, scheitere einfach früh und oft. Und du wirst feststellen, was geht und was nicht geht. Aber lerne zu scheitern und lerne dann auch wieder aufzustehen und weiterzumachen. Scheitern lernen ist ein Vorsatz, den viele nicht können, weil viele ziehen sich scheitern an. Die Person in ihrem Roman, um die es geht. Naja, richtig gescheitert empfinde ich sie eigentlich nicht. Aber es sind so welche, die auf der Kippe, die immer so knapp vorbei an dem, was sie eigentlich wollten oder sein wollten. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass das eigentlich nicht wirklich ein Roman ist, sondern eine Geschichtensammlung, wo die Geschichten zusammenhängen. Aber jede einzelne Geschichte ist eigentlich in der Manier einer klassischen Kurzgeschichte, dass es also einen bestimmten Abschnitt im Leben eines Mannes beschreibt. Das sind manchmal ein paar Stunden oder ein Tag, aber nie länger. Und da passt man die dann an einen Punkt ab, wo sich vielleicht gerade was verändert, wo sich über was klar werden. Oder was auch passiert, wo eben einfach nur was Witziges passiert, wie mit dem Spaghetti-Topf. Die Geschichte, die ist ja noch so... Eigene Geschichte. Das ist eine eigene Geschichte, die ist ja noch so weitergegangen, dass ich dann irgendwann meine Schwiegermutter anrief. Da sagte ich mir, die ist 68 Jahre alt und seit 69 Jahren Hausfrau. Und habe die gefragt und die sagte eben kaltes Wasser. Und das stimmte natürlich nicht. Man muss dann erhitzen, damit es sich wieder ausdehnt. Und ich rief sie dann nochmal an, nachdem ich eine Stunde mit dem Tropf rumgemacht hatte und sagte, aber vorwegen kaltes Wasser und Sie gönnen mir doch den Spaß. Jedes Kapitel fängt mit dem Namen eines Mannes an. Ja, sag ich doch. Ich habe gerade gesagt, jedes Kapitel. Ach, jedes. Entschuldigung, dieses habe ich verstanden. Nee, nee, jedes Kapitel. Super. Und ich habe mal ein paar herausgeschrieben. Kamerke, Frohnberg, Kobusch, Krupke, Sabulewski, Overbeck, Riedel. Wie kommen Sie auf die Namen? Ja, über Namen mache ich mir unglaublich viele Gedanken, weil ich finde, es müssen immer Namen sein, die es gibt, die nicht ausgedacht sich anhören. Und die, die jetzt nicht Jasmin Schneider oder was weiß ich, ich nehme die oft aus Todesanzeigen. Also, ja, es ist so. Das ist, manchmal gehe ich auf, Telefonbücher hat man ja heute nicht mehr, aber in den Todesanzeigen in der Bochumer Zeitung springen mir dann schon mal Namen entgegen. Ich habe einen Namen in dem Buch von dem Namensschild einer Verkäuferin in einem Kaufhaus in Hamburg. Aber das habe ich dann einem Mann untergeschoben, den Namen. Und es müssen Namen sein, die es wirklich gibt, die aber noch nicht so abgenudelt sind. Bei Vornamen, achte ich immer drauf, welche Generation ist das, dann gucke ich im Internet nach, die beliebtesten Vornamen von 1972 oder so. Man kann es dann natürlich auch komplett anders machen, aber dann muss es sich auch wieder was über die Figur erzählen. Dann muss er, wenn einer 1972 sein Kind Leon genannt hat, dann ist er was anderes als 2002. Wie heißen Ihre Söhne? Robert und Ludwig. Ah, die sind in den 50er Jahren geboren. Robert ist völlig zeitlos. Robert taucht immer irgendwo in den Namen auf. Ludwig ist schon ein bisschen gewagter, aber das Kind war auch schon im Mutterleib klar, der ist auch gewagt. Kennt ihr Fanny van Dunn, den Hochhausmann? Sieh doch endlich ein, eine Einbauküche kann kein Cockpit sein. Mein Lieblingssong von Fanny van Dunn ist Gwendoline Kucharski. Oh ja, auch großartig. Ein großartiger Name, an dich denke ich jetzt. Damals hatte ich niemanden auf 14 geschätzt. Du warst noch ein Mädchen und ich war noch kein Mann. Und wenn der Beatabend vorbei war, hielt der Zug nach nirgendwo an. Ich ritzte ihm die Schulbank, dein Initial, das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank. Mein Lieblingssong von Fanny van Dunn heißt, auch lesbische schwarze Behinderte können ätzend sein. Großartiger Mann, der bisher nie persönlich kennengelernt bin. Aber großer Fan, auch der Einzige, von dem ich bisher weiß, dass er einen Song über Fruchtfliegen gemacht hat. Oh ja. Die im Salat ficken. Entschuldigung, durfte nicht sagen, das ist öffentlich-rechtlich. Ne, ist egal, aber im Salat. Ja, sicher, wo sonst? Ja, auch wieder war als Fruchtflieger, hat man ja nicht so viel Auswahl. Da ist das ein Biotop. Ist egal, jetzt mal. Wenn wir eben bei Männertypisierung waren und haben uns erklären lassen, was ein Raketenmann einwie ist, also der, der einer sein wollte, aber er es nicht ganz geschafft hat, was ist denn bitte ein Manufaktum-Mann? Den haben Sie nämlich auch beschrieben. Ja, das ist, ich habe halt mal so gesagt, Manufaktum-Männer sind das Schlimmste, das sind die. Ich soll aber jetzt bei der Weihnachtsfeier von Manufaktum in Waltrop auftreten, finde ich auch wieder lustig. Aber das sind die, die eine Religion draus machen, dass alles so unheimlich geschmackvoll ist. Und dann zieht man sich diesen tonnenschweren Pullover an, der aber von... Teuer, 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 teuer ist. Der teuer ist und natürlich von behinderten philippinischen Kindern handgedengelt worden ist. Und ich denke dann immer, ich muss mit dem Ding dann... Ja, ist alles toll, alles prima und über offenen Feuerstelle in der Küche. Aber man muss auch keine Religion draus machen. Und dieses Geschmäcklerische, da geht man manchmal auf den Zahn. Aber Ende des Jahres werden Sie Manufaktum-Mann, wenn Sie in Waltrop da... Ja, ja, ich finde halt ja super, dass die sich davon nicht abhalten. Ja, vielleicht kriegst du so ein Pullover-Geschick. Hat sich doch gelohnt. Ich nehme erst mal Geld, dann können Sie noch mal drüber holen. Das ist sehr lohnend. Ja, dieses Männergespräch, war es eigentlich früher... War es früher einfach... Es ist die Diskussion immer mit den Männern heutzutage. War es früher einfacher, ein Mann zu sein? Ist das heute schwieriger? Oder warum haben Sie dieses Buch geschrieben über so viele Männer in der Midlife-Crisis? Sind Sie drin? Ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, ich will ein Buch über Männer in der Midlife-Crisis schreiben. Man geht ja eher davon aus, man hat eine Idee, man möchte eine Situation, eine Atmosphäre beschreiben. Und so eine Geschichte lebt immer halt vom Konflikt. Und der Konflikt... Da ist auch ein junger Mann drin, der jetzt einen Vinylplattenladen aufmacht. Also von dem kann man nicht sagen, dass er in einer Midlife-Crisis ist. Also Sie brauchen für Literatur halt immer einen Konflikt, um den es sich dreht. Und da es Kurzgeschichten sind, ist es dann halt manchmal auch nur auf 15 Seiten sehr eingedampft. Hatten Sie eine Midlife-Crisis irgendwann mal, Herr Schubeck? Na, ich habe keine Zeit gehabt. Weil ich finde, man sollte sich seiner Aufgabe stellen. Und von dem Augenblick, wo ich mich der Aufgabe stelle, habe ich einen positiven Gedanken. Und wenn man nicht neidisch ist, weil was soll ich in dem neidisch sein? Wenn nicht Sie viel erreicht hat im Leben, kann ja ich nichts ändern. Ich brauche nicht neidisch sein. Ich brauche mich nur selber anstrengen, dann kann ich selber wieder was zu was bringen. Und Reichtum findet nicht im Geldbeutel statt, es findet in der Seele statt. Da Sie aber die meisten Menschen damit nicht auseinandersetzen, sehen Sie nur das Materielle. Und dass es Männer gibt, die jetzt sagen, es fixe mal, der andere hat was, ich habe nichts. Die Frage ist, was hat denn der andere? Ich kenne jemanden, der ist irrsinnig reich und hat Demenz und Alzheimer. Der weiß nichts mehr, der weiß gar nichts mehr. Der ist doch der viel reicher, der noch am Leben teilnehmen kann und in seinem Umfeld sich bewegt. Und mit dem Fahrrad kann man genauso glücklich sein, als wenn man mit einem Leasing-Porsche, wo du deinen muskellosen Oberarm raushängst und noch drei Liter Benzin drin hast. Aber es ist vielleicht... Die Mittelalter-Krise ist ja ein großes Thema. Es reden viele Menschen darüber, dass sie so orientierungslos sind. Habe ich genug erreicht? Bin ich der, der ich früher sein wollte? Ja nicht nur bei Männern. Ist es bei Schauspielerinnen auch ausgeprägt, weil sie natürlich auch in dem mittleren Alter im Bereich kommen und sich fragen, hm, werde ich weiter besetzt? Das ist ja so ein Existenzdruck in ihrem Beruf. Also ich wurde jetzt von etlichen Kollegen, als ich eben erzählt habe, ich will die Haare abschneiden und ich will nicht mehr färben, da haben ganz viele aufgeschrien und wirklich gesagt, Gott, du wirst jetzt richtig alt aussehen und mach das nicht. Und das ist das Ende deiner Karriere. Und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich persönlich denke da anders und ticke da auch anders und will auch gar nicht so ticken. Diese Ängstlichkeit würde mich kaputt machen. Und ich hoffe, dass andere auch irgendwann sich mit ihren grauen Haaren anfreunden und sich einfach wohlfühlen. Also es ist, ja. Also steht Ihnen auf jeden Fall ganz fort. Das ist toll. Wenn ich auf diese Frage, die die Karriere zurückkomme, ja, bist du der, der du sein wolltest. Welche Rolle spielt der Fußball in Ihrem Leben heute, wo Sie so engagiert für den VfL Bochum kämpfen? Fußball spielt eine irrsinnige Rolle in meinem Leben. Einerseits durch den VfL, andererseits aber auch durch die Tatsache, dass ich ja zweieinhalb Jahre auch noch Jugendtrainer in einem kleinen Verein in Bochum bin, bei DJK Arminia Bochum, wo ich die Mannschaft von meinem älteren Sohn trainiere. Das kollidiert schon mal am Wochenende. Morgen zum Beispiel das Spiel gegen St. Pauli vom VfL kann ich nicht gucken, weil wir gegen SV Bommern 05, unser erstes Rückrundenspiel, bestreiten. Also das ist schon, das nimmt schon einen sehr großen Raum ein. Zwei Mal eine Woche wird trainiert, dann habe ich Termine beim VfL, dann habe ich Termine bei Arminia. Aber das ist das Tolle an einer Existenz als Freiberufler. Man kann es sich ja bis zu einem gewissen Punkt auch selber einteilen. Und das ist auch kein Stress. Da werden Sie auch sagten, also wenn ich, für mich gibt es nichts Schöneres, als bei leidlich gutem Wetter bei Arminia auf so einem Kreisligaplatz zu stehen, da kann ich auch fünf Stunden da rumstehen, mir erst mal ein eigenes Spiel angucken, dann die C-Jugend und dahinter die Altliga. Also das ist schon eine prima Sache. Selbst wenn es mal mit den Kids ein bisschen anstrengender wird. Und jetzt würde ich mir gerne von Ihnen erklären lassen, wenn Sie sagen, ich möchte in 20 Jahren der sein und gucke dann mal in 20 Jahren, ob ich der bin, den ich sein wollte. Gibt es da eine Vorstellung? Der möchten Sie in 20 Jahren sein? Nee, im Prinzip sehe ich das ja wie Raul Krauthausen. Da muss schon alles so ein bisschen so ein Fluss sein. Und wenn ich mir jetzt was vornehme und dann werde ich das nicht, dann werde ich mir was anderes. Das kann ja auch toll sein. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Geduld bei mir wünschen, ein bisschen mehr Ruhe. Aber dann weiß ich auch wieder, meine Ungeduld macht mich zum Beispiel auf der Bühne auch viel spontaner. Und das hat alles, es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Ich würde mir nie was vornehmen. Ich habe mir früher was gewünscht. Da sind viele Sachen von wahr geworden. Aber ich würde mir jetzt nicht vornehmen. Ich möchte in 20 Jahren, sagen wir mal, ich kann es mir nicht vornehmen, aber ich wünsche mir, dass mein Verein dann wieder besser dasteht. Haben wir Zeit. Frank Rosen. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Vielen Dank. Ich musste jetzt eben hier so Lutschbonbon nehmen, weil ich irgendwie Kratzen im Hals hatte. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen. Ingwer, vielleicht hat der Ingwer. Wenn ich immer erkältet bin, sagen Sie, da gibt es was. Das heißt Ingwer. Da denke ich mir, du Blödmann. Aber das gibt halt, ich nehme seit 35 Jahren Ingwer. Ich war noch nie einen Tag im Leben krank. Echt? Ich war auch erkältet. Aber ich war noch nie flachgelegen. Und Salbei ist auch gar nicht. Ja, gut. Das ist natürlich, Salbei muss man mögen, das ist ein bisschen bitter. Es gibt ja hunderte Sorten von Salbei. Es gibt einen einzigen Küchensalbei. Das wissen aber die Wenigsten. Und das ist ein ganz tolles Gewitz. Sagen Sie mal, Herr Schubeck, wenn Sie so gesund leben und so gesund essen, wieso haben Sie einen Burger bei McDonalds rausgebracht? Weil ich dir eine Soße dazu gemacht habe aus Ingwer, die sehr gesund war. Die war super gesund. Alles klar. So, jetzt aber zu Ihnen, liebe Frau Biede. Als Sie das letzte Mal da waren, das war Anfang des Jahres 2010, haben Sie von Ihren Schicksalsschlägen erzählt. Eine bekannte, eine gefeierte Sängerin der Volksmusik, eine große, große Jodlerin, Ihre Spezialität. Das ist schon was ganz Außergewöhnliches, wenn man es so beherrscht. Und dann habe ich damals schon gedacht, mein Gott, was hat diese Frau alles ertragen? Den Tod der kleinen Tochter, einen schweren Unfall, Krankheit. Dann ist die Ehe gescheitert. Ein Punkt, von dem man dann sagt, vielleicht haben Sie irgendwann gedacht, da geht nichts mehr im Leben. Und im selben Jahr noch haben Sie geheiratet, 2010, einen Mann, den Sie schon lange kannten. 2011. 2011. Und wenn ich Sie heute sehe, ich habe es mit den Zahlen nicht so. Und wenn ich Sie heute sehe, sind Sie eine strahlende Persönlichkeit. Was hat Ihnen die Zuversicht gegeben, dass doch irgendwo alles gut wird? Also, meine Oma war wirklich eine ganz... gläubige und bodenständige Frau. Und die hat immer gesagt, so, Mädel, es geht immer nach vorne. Also, es geht immer, wenn es auch mal runter geht. Aber wenn du glaubst und wenn du gläubig bist, dann findest du wieder den Weg zurück. Diese Geschichte mit Ihrem Mann, mit dem Sie jetzt glücklich verheiratet sind, ist schon insofern besonders, als Sie ihn so viele Jahre kannten. Ja. Er war ein Kollege, Freund, irgendwo auch Begleiter. Aber, Entschuldigung, die Frage ist nicht indiskret gemeint. Wie kann es nach so vielen Jahren funken? Ja. Ich meine, ich kenne an Uwe jetzt 25 Jahre. Und wenn wir uns als Kollegen gesehen haben, haben wir uns immer gefreut. Also, wenn ich gewusst habe, die Schäfer sind auf der Bühne dabei, dann war das immer ein Hallo. Das war immer ein schönes Zusammenarbeiten. Und als dann, wir waren auch freundschaftlich verbunden, also ich mit seiner Familie, er mit meiner Familie. Und man hat sich auch ab und zu mal getroffen, zum Bergsteigen oder wie auch immer mit den Familien. Und wo dann meine Ehe zu Ende gegangen ist, gescheitert ist und auch seine Ehe gescheitert ist. Und irgendwann mal gab es einen Punkt, wo wir auf Tournee waren. Und wir haben ja auch, es gibt wenig Kollegen, mit denen man sprechen kann. Aber er ist so einer, mit denen konnte ich sprechen. Weil man eben auch sich austauscht und sagt, Mensch, wie geht es mit deinen Kindern? Oder wie bist du mit meiner Tochter gegangen? Und dann hat es irgendwann mal gefunkt. Das ist, ich glaube, etwas ganz Tolles. Wenn das so passiert. Ich glaube, Sie hatten vorher viele Tiefs, davon haben Sie auch erzählt hier in der Sendung. Das war sehr, sehr berührend. Aber Sie hatten halt doch immer diese Kraft, dann doch nach vorne zu gehen. Ich sage mal so, ich war in dem tiefsten Tal, wo sich wirklich ein Mensch denkt, er kommt da nicht mehr raus. So tief war das Tal. Aber ich bin wieder nach oben gekommen. Also ich habe sehr viel Spaziergänge gemacht in der Natur. Und mir hat auch meine Musik geholfen. Also ich habe dann später dann wieder angefangen mit Kirchenkonzerten. War natürlich auch sehr schwer, die Konzerte zu überstehen. Aber es ging mit jedem Mal leichter. Und durch meinen Mann natürlich, der gibt mir natürlich sehr viel Kraft. Und auch meine kleine Tochter, die ich jetzt habe. Ja, auch. Also da habe ich mich gefragt. So ganz süß. War das? Ja? Sie haben sie oben kennengelernt. Ich habe sie noch nicht gesehen. Da habe ich mich gefragt, oh, eine Frau verliert die einzige Tochter. Sie war wie alt? Fünf Jahre alt? Fünf Jahre alt. Fünf Jahre alt. Ja, das ist etwas ganz Furchtbares, wenn sowas passiert. Und dann traut sie sich, mit Mitte 40, das dann nochmal mit dem Kind zu probieren. Ihr Mann ist ja älter als Sie. Also man darf sagen, Entschuldigung. Mein Mann wird dieses Jahr 60. Relativ alter Eltern, das darf man sagen. Wie groß ist heute Ihre Sorge um die Tochter? Sind Sie jetzt so eine Übermutter? Das ist ja nichts passiert. Nein, gar nicht. Sondern ich habe wirklich ein Gottvertrauen. Und wir genießen wirklich jeden Tag des Lebens. Weil wir einfach wissen, dass es auch so schnell passieren kann, dass es morgen anders ist. Also wir leben sehr bewusst. Wir essen auch sehr gut. Ich koche auch sehr viel. Versuche auch gesund zu kochen. Ich habe mir die neue CD, die Sie herausgegeben haben, angeguckt. Und da fällt schon auf, welche Liedtexte Sie drauf haben. Das habe ich mir zusammengeschrieben, in wie vielen Texten Gott vorkommt. Der liebe Gott, der macht das schon. Ich glaube an Gott. Heilige Berge. Der Engel an deiner Seite. Wir sind alle Kinder Gottes. Oder auch, ich kann nicht so gut bayerisch, die hat der liebe Gott zu mir geschickt. Das heißt, es sind, glaube ich, jetzt allein sechs Titel gewesen auf einer CD, wo Sie einen Gottbezug haben. Wie wichtig war der Glaube für Sie in dieser sehr schwierigen Zeit? Ganz wichtig. Ist Lebensgrundlage für mich. Das ist wirklich, also das Gebet gehört einfach zu meinem Leben dazu. Das ist ganz wichtig. Singen Sie lieber auf einer Bühne der Volksmusik oder in der Kirche? Beides. Wobei, also man kann es miteinander nicht vergleichen. Das eine ist schön und das andere ist schön. Also die Kirche mit ihrer Atmosphäre. Und dass ich wirklich auch sehr nah bei den Leuten bin. Und dass ich den Leuten in dem Kirchenkonzert so viel mitgeben kann. Also die gehen raus und sagen, sie sind so krafterfüllt und das hat ihnen so gut getan. Und jetzt machen sie auch wieder weiter. Und bei den volkstümlichen natürlich, das ist dann, dass man die Leute aus dem Alltag mal rausbringt. Dass sie wirklich sagen, ich habe einfach einen schönen Abend gehabt. Dass sie einfach glücklich nach Hause gehen. Frau Wiedel, judeln Sie Ihrer kleinen Tochter schon was vor? Ja, natürlich. Ehrlich? Macht sie das nach? Sie macht das nach. Bestimmt, oder? Sie ist doch ganz klein. Das witzig. Trotzdem, aber sie ist wirklich ein, wie ich es auch war, ich war auch ein nachahmungswürdiges Kind. Ich habe sie auch versucht, bei meinen Eltern nachzumachen und bei meiner Oma. Und genauso ist sie. Wie alt ist Ihre Tochter jetzt? 19 Monate. Und die jodelt schon? Und die jodelt schon? Es ist so. Hier in dieser Region kann das ja keiner so richtig. Ja. Und die jodelt. die ja also ich muss immer sagen werden wenn menschen hier auch mit einer gitarre sind oder anfangen zu singen aus dem sitzen aus dem gespräch heraus dass man das ist schon respekt man hat aber gerade gemerkt welche kraft auch dahinter steckt ja was das ich weiß nicht ob die die kollegen vom ton verschreckt ein bisschen runter gedreht haben weil die leute zu hause denken jetzt ist der fernseher plötzlich nein das ist ja ganz 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 kraftvoll wegen der berge das war ja auch mit dem echo verbunden man hat sich ja dadurch auch das war früher mal so dass man sich in den bergen das weiß ich ja oder oder sonst irgendwas ja aber es ist so eine art es ist eine urstimme ist das einfach aber da geht das gänsehaut wunderschön das interessante sie sind ja schon ganz früh also mit ihren eltern haben sie ja schon musik gemacht vor allen dingen mit ihrem vater und ich weiß nicht in welchem aber ganz früh sind sie mal auf turnier durch mexiko mexiko japan und das erstaunliche ist auch sie werden da auch gejodelt haben ja natürlich was ja wie menschen egal wo auf der welt darauf reagieren erinnern sie das noch war das auch so eine initial zu nun hier wie ich bleiben da kann ich menschen erreichen egal wo ich bis jetzt auf der welt war die leute waren begeistert und kamen her oder beautiful boys oder das ist sie dann einfach irrsinnig berührt und begeistert kann man das auch als flachland tiroler lernen da muss man erst einmal eine gute stimme dazu haben ja das ist mein grundvoraussetzung ja gibt es ich glaube der tag hier ist sie hat auch in japan aufgemacht aber sie haben ja auch eine ganz tolle wenn ich sagen darf sprechstimme mal sagen also es gibt ja menschen die haben nicht so eine sprechstimme aber können wunderbar singen und und umgekehrt bei ihnen ist beides das ist ich sage mir immer eine sehr schöne laune der natur ich singe auch fast vier oktaven das ist ja auch sehr ungewöhnlich und dann eben diese tiefe stimme diese tiefe und dann diese extreme höhe dich ab wo sind sie ausgebildet worden ich habe keine ausbildung ich habe mal versucht eine ausbildung zu machen die klassische drei mal sogar und jedes mal wurde ich weggeschickt weil die lehrer gesagt haben ich müsste es jodeln aufgeben habe gesagt das gebe ich nicht auf das ist meine leidenschaft und ich bin auch heute froh weil ich habe wirklich eine unverfälschte stimme und natürlich habe ich kleine sagen mal marken in der stimme aber die kann ich selber ausmerzen so dass keiner mitbekommt das merkt nur ich selber ja das ist auch gut so ein star der volksmusik und ich freue mich darüber dass sie im leben jetzt so viel wirklich wahres glück haben dankeschön ich danke ihnen sehr herzlich ich habe in ihrem buch ein zitat gefunden ich glaube es war ziemlich weit hinten haben sie noch mal so zusammengefasst und da haben sie geschrieben wenn ich aus mir herausgucke fühle ich mich nicht behindert zitat ende und dann habe ich mich gefragt heißt das denn dann dass sie sich häufig durch die blicke der anderen behindert eingeschränkt fühlen klar also ich meine wenn ich im rollstuhl auf der straße erscheine ist natürlich auch das das erste was die leute vielleicht als eigenschaft von mir wahrnehmen und ich trage seit ich denken kann ein hut ich kann schon länger denken aber ich trage zumindest mich meiner rolle bewusst bin ein hut und versuche den als gleichwertiges markenzeichen zu etablieren gelingt mir nicht weil der rollstuhl ein bisschen größer ist aber was ich zum beispiel total interessant finde ist dass ich in meinen träumen nicht weiß ob ich laufe oder fahre oder fliege ich weiß es einfach nicht habe ich schon viele leute gefragt das heißt ich schließe daraus also es auch nicht mein wunsch ist jemals laufen zu können und es ist sehr schwer nicht behinderte menschen davon zu überzeugen dass es so eine perspektive gibt ich will ja keinen bekehren oder so aber da ich es einfach nicht anders kenne so wie sie wahrscheinlich nicht anders kennen wie es ist man zu sein oder frau zu sein ist halt das womit sie auf die welt gekommen sind und so kenne ich es halt nicht anders und natürlich sehe ich dass menschen die laufen können dass es in bestimmten situationen leichter haben mit treppen zum beispiel aber das heißt jetzt nicht dass ich auch gerne laufen möchte sondern ich sage dann einfach warum gibt es da keinen aufzug daneben sie sind ja mit diesem rollstuhl den sie haben das habe ich heute gesehen erstens sehr sehr schnell und sehr sehr wendig also auch wenn es irgendwie eng wird oder so sind da oben auch mit den garderoben sehr sehr gut klar gekommen trotzdem nicht gefragt so als als junge wenn man also als kind wann wird mir klar ich muss bestimmte dinge aufwendiger gestalten als andere weil es sonst nicht funktioniert also es gab natürlich das glück in meinem leben dass meine eltern sich sehr viel sehr früh auch schon dafür eingesetzt haben dass ich so selbstständig werde wie möglich es gibt viele menschen die mir begegnet sind und die ich kenne die auch eine behinderung haben so ein moment im leben das ist um die fünfte klasse wo sie selber realisieren dass sie anders sind also einfach die freunde anfangen sport zu machen der vielleicht auch leistungsorientierter ist und nicht mehr beifang sondern dann eben ist auch um punkte und zeiten geht war das bei ihnen das war fünfte klasse und es hat mich so berührt dass mir dann eine freundin erzählte die auch im rollstuhl sitzt dass es bei ihr genauso war und ich dachte lange das wäre nur meine persönliche geschichte aber sie erzählte mir genau das gleiche und natürlich gibt es dann so situationen wo dann auch lehrer zum beispiel im schulunterricht dann in der verlegenheit sind dann mich dann trotzdem zu integrieren und ich stand dann am spielfeldrand und durfte die punkte zählen oder die zeiten stoppen und das ist natürlich auch in einem sag ich mal pubertierenden prozess in dem ich mich ja befand war das auch gleichzeitig beschämend für mich also ich war jetzt nicht unbedingt neidisch auf die läufer aber ich dachte irgendwie bin ich hier fehl am platz stand draußen ja sie waren da draußen im doppelten sinne des wortes und dann hatte ich das glück dass ich dann irgendwann dem sportunterricht nicht mehr bei wohnen musste und hatte dann einfach früher frei können sie eigentlich sport machen bestimmt aber ich bin einfach unglaublich frau ich habe in ihrem buch ja gelesen dass sie einmal vor vielen jahren als ich glaube da waren sie 17 jahre so um den dreh rum da haben sich mal überreden lassen in einem fernsehfilm mitzumachen da ging es eben auch um die glasknochenkrankheit und dann haben sie es hinter mit ihrer mutter gemeinsam angeguckt und haben festgestellt wie doof das inszeniert war dass man sie auf so eine olle tischtennisplatte gesetzt hat und sie haben das irgendwie nicht geschafft mit dem schläger und dann es ist ja häufig so dass man behinderten menschen sie haben nichts gegen den begriff das haben wir abgeklärt dass man behinderten menschen in eine bestimmte rolle drängt entweder sind sie opfer oder sie sind held was sind sie denn ich bin raue krauthausen und kann sicherlich auch ein riesiges arschloch sein und stelle aber eben gleichzeitig fest dass wenn leute über mich reden medien über mich berichten über unsere projekte die behinderung dann doch sehr stark im mittelpunkt steht und wogegen ich mich wehre ist so formulierungen die dann schnell fallen so setze wie leidet an glasknochen also ob ich leide oder nicht entscheide immer noch ich und nicht der journalist oder dass ich an den rollstuhl gefesselt bin da sage ich dann eher näher ohne rollstuhl wäre ich im gewissen maße gefesselt das heißt der rollstuhl bedeutet für mich auch freiheit beweglichkeit und der rollstuhl ist ein für mich ein aktives mittel dass ich selbst bediene und kein kinderwagen der geschoben wird und glaube ich so der perspektivwechsel den für den ich nämlich einsetze und ich brauche dafür nicht das label hält oder opfer sie haben studiert sie waren ein paar jahre beim rbb sender radio fritz waren sie programm manager also haben da sehr viel gemacht gleichzeitig machen sie aber auch dinge die mit ihrer behinderung zusammenhängen eine idee finde ich wirklich irre sie haben so eine wheel map entwickelt das heißt sie gucken ganz genau auch per internet wenn sich wenn menschen wissen wo ist was rollstuhl gerecht dann muss man das eigentlich zusammenfassen damit man endlich mal einen überblick hat als mensch der beispielsweise auf einen rollstuhl angewiesen ist ja oder auch als ein mensch der keine treppen laufen kann mit mit krücken oder was weiß ich oder wegen luftnot dass man das im überblick bekommt und die sozialhelden sind eine initiative von ihnen ein verein der was genau will sozialer ist toller begriff ne also die sozialhelden ist ein gemeinnütziger verein der seit ungefähr zehn jahren sich engagiert und die idee hand soziale innovation ins leben zu rufen und wir bezeichnen uns selber als sogenannte du tank also macherschmiede das heißt wir wollen dinge einfach machen nicht nur denken also wir sagen immer wir wollen verhindern dass eine idee ihren powerpoint tot stirbt ja sondern wir wollen sie auch wirklich dann umsetzen und das zwingt uns dazu dass wir uns auch mit unseren eigenen ideen irgendwie disziplinieren und ich habe meine sehr interessante regel gelernt von einem unternehmer der mir gesagt hat löse nur probleme die du selber hast und löse nicht die probleme die du glaubst die andere haben und ich glaube da ist eine menge wahrheit drin und ich selber hatte das problem dass ich nicht wusste wo ich in einer fremden umgebung mich mit meinem rollstuhl reingehen kann oder nicht mit meinen freunden und so kamen wir dann auf die idee mal zu recherchieren wie viele rollstuhlfahrer gibt es in deutschland es gibt 1,6 millionen und wenn diese menschen einfach mal ihre köpfe zusammenstecken in form von einer gemeinsamen online karte dann kann da eine menge daraus entstehen und so sind wir auch wie die jungfrau zum kinder gekommen also wir haben konnten weder programmieren noch wussten wir wie man dieses überhaupt hochzieht und hatten vielleicht das glück dass wir leute kannten und dass wir auch kommunikation natürlich im wissen hatten wie man dinge dann vielleicht auch als marke betreibt und haben das dann vor vier jahren ins leben gerufen und läuft seitdem sie stellen ihrem buch eine forderung auf die sie auch sonst im leben aufstellen nämlich dass man im grunde genommen behinderten einrichtungen eigentlich konsequent schließt setzen auf die totale inklusion wenn sie in gruppen sind sind sie da noch alleine mit dieser meinung es ist ja im moment ein trend inklusion ist ein großes stichwort in diesem land sie sind ja auch auf eine schule gegangen wo behinderte und nicht behinderte zusammen waren was war da noch ein problem ich glaube da war einfach ein problem dass es die einzige schule in berlin war die das gemacht hat dass zu wenige leute davon wussten inzwischen ist die idee natürlich weit verbreiteter ich bin deswegen ein anhänger dieser sage ich mal radikalen idee dass man das einfach sofort schließt weil ich glaube sonst findet keine veränderung statt wenn es nicht menschen gibt die das fordern ich weiß natürlich dass meine forderung da draußen auch nur eine von 100 millionen ist ich möchte aber einfach diese idee nach vorne tragen weil sonst passiert einfach keine veränderung und ich beobachte einfach parallel eine parallel ist die zum beispiel dass wir in den 80ern 90ern die gleiche Debatte geführt haben über kinder mit migrationshintergrund wahrscheinlich war es in den 20ern auch die gleiche Debatte mit jungen und mädchen ob sie gemeinsam beschult werden sollen und außerdem möchte ich einfach nur mal als gedanken mitgeben dass ich fest davon überzeugt bin dass auch nicht behinderte ein recht darauf haben mit menschen mit behinderung zusammenzuleben und nicht nur die gewinnung darf ich sie fragen wenn sie an ihren alltag denken was ist in ihrem alltag ein problem von dem sie sagen das ist wirklich eine schwere last für mich also es ist wirklich ein großes problem dass viele barrieren mir im alltag einfach begegnen ein weiteres problem ist dass ich auf assistenz angewiesen bin die bedeutet dass ich auf sozialhilfe angewiesen bin zum teil die mir die assistenz praktisch finanziert und die mich dann aber dazu zwingen dass ich ein bestimmtes einkommen nicht überschreiten darf nämlich den doppelten hartz vier setz und ich auch nicht mehr zurücklegen darf als 2600 euro als vermögen und das ist natürlich auf mein leben lang wenn sich die gesetzeslage nicht ändert das heißt ich werde einen altersarmut höchstwahrscheinlich leiden in anführungsstrichen und es ist auch auf der einen seite will die gesellschaft dass menschen mit behinderungen mit menschen ohne behinderung zusammen zur schule gehen und wollen letztendlich auch menschen wie mich hervorbringen sage ich jetzt mal in der aschese aber dann wenn sie dann karriere machen dann wird ihnen ja letztendlich der saft abgedreht und das ist ja auch nicht die die idee glaube ich also es ist wir haben jetzt noch mal ein film über sie gemacht wo wir sie in ihrem alltag sehen und wo wir auch projekte sehen hinter denen ihre ideen stecken in dem sie die these vertreten dass sie ja dachdecker sowieso nicht werden wollten das ist ja auch vollkommen richtig sagen sie ganz zum schluss ich sage jetzt mal ich lebe in einer beziehung ich bin glücklich mit einer nicht behinderten frau und das wollen wir einfach auch mal so stehen lassen da freue ich mich auch die über dieses glück werden auch über glück geredet aber eine frage habe ich zum schluss kennen sie einen guten behindertenwitz ja kenne ich sogar muss ich mich ein bisschen bewegen was ist das ein rolle fahrer beim bogen schießen was ist das rolle beim tennis spielen ja beim diskus weithof also ich bin ein bisschen kleiner aber was ist das ein rolle fahrer beim hürdenlauf das war der kölner treff heute abend raul krauthausen vielen herzlichen dank dank auch an alle anderen gäste ich hoffe sie hatten eine vergnügliche zeit hier mit uns heute abend nächsten freitag sehen wir uns wieder schauen sie auf die homepage da stehen viele infos schönes wochenende bis dahin tschüss zusammen